Herzlich willkommen an der Universität Turin. Mein Name ist Marcella Costa und ich bin Professorin für deutsche Sprache und Sprachwissenschaft am Department für moderne Sprachen und Literaturen, zurzeit auch Vizerektoren für internationale Angelegenheiten. Die Universität Turin wurde 1404 gegründet und kann somit auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit über 75.000 Studierenden ist die UNITO nach Rom, Bologna und Neapel die viertgrößte Universität in Italien. Die Universität Turin ist eine Forschungsuniversität, die Top-Positionen in internationalen Rankings einnimmt. Sie bietet 150 Studiengänge an, darunter 17 in englischer Sprache. Im Bachelor-Studiengang gibt es die Studiengänge Business and Management sowie Global Law and Transnational Legal Studies. Im Master lassen sich verschiedene englischsprachige Studienprogramme finden, unter anderem in den Fachbereichen Jura, BWL und Biologie. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Uni Turin ein beliebtes Ziel für internationale und Austauschstudierende geworden. Bei uns sind aktuell mehr als 4.500 internationale Studierende eingeschrieben und ca. 1.300 incoming Erasmus-Studierende wählen jedes Jahr die UNITO für ein Austauschsemester. Die Stadt Turin ist im Vergleich zu anderen norditalienischen Städten keine besonders teure Stadt. Ein Buddy-Programm, das breit angelegte Uni-Sportangebot sowie eine lebhafte Kultur- und Studentenszene bieten zahlreiche Möglichkeiten, andere Studierende kennenzulernen und sich schnell einzuleben. Ich würde mich freuen, Sie bald in Turin begrüßen zu dürfen und sage bis dahin, auf Wiedersehen!